So, hey Genders, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play League of Legends Season 7, wieder mal mit dabei, Morgonetic Chaos mit seiner typischen Migräne, immer wenn er seine Tage hat. Alles klar, da hat sich einer echt Mühe gegeben, keine Gangs in der Mitte mehr zu kommen. Wann bekomme ich überhaupt mal Gangs? Du kommst nur vorbei, wenn der Gegner low ist und du einen Kill abstaunen kannst. Deine Gegner sind immer low, weil sonst wird es die Gegner, die nicht gewinnen. Wie war das gestern mit Annie? Scheiße, ich wollte Kill klauen. Naja, da habe ich mir auch Mühe gegeben, den Kill zu klauen, aber den hast du noch als ungerechtfertig genommen. Ne, das war sogar das Ignite einfach nur. Kackfugel. So, gegen Z geht das. Ah ja. So, gegen Z geht das. Oh, ja. So, gegen Z geht das. So, gegen Z geht das. So, gegen Z geht das. Das war's. 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 Das hab's. das hab's. das war's. 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 Since. Das ist ein Wort, okay. Der Sett, der bleibt immer so stehen, ich weiß nicht warum. Ach, der Top ist so weit reingepischt, ich geh mal grad nach deren Blu gucken. Oh, der ist da. Diesmal sogar ohne Amumu, das ist nicht so gut. Die MF hat Heal gezogen, die Zyra war alleine. Die Zyra war alleine. Er hat noch Ulti, ne? Mit Lulu tötet ich ihn sowieso nicht. Ja, ich bin gleich da. Nehmen wir halt die Fotze hin, ne? Ich glaub, der hat einfach ne übelst krasse Connection Problem mit der Sett. Ja. Kann sein. Ja. 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 What the heck? Boah, hätt der Saira Root getroffen, dass er zurückgerissen hat. Alter, der Bandage-Toss kam nicht durch von meinem Mumu. Nicht anfassen. Warum? Weil ich dahinter erst mal warten will, bevor der Ding mich attackt. Das Free Damage, den ich take. Boah. Soll ich immer alles erklären muss, Junge? Soll ich keine Ahnung was? Los, Junge. Wo sind wir jetzt? Der ist hier oben. Da. Wir gehen jetzt erst mal jöten. Ich den Timo. Ja, dann hier. Ich geh grad mit dazu. Ach, was war's? Der am Mumu die ganze Zeit. Schon mal grad unseren Blue, ja? Schon mal courtside. Ja, da sind wir auch im Moment. Hast du keine Ahnung? Hast du da? Na, genau. Haller? Hast du dir. Hast du das? Hast du ein semifinal? Ja, Leger? Hast du dir. Hast du eine Ahnung? Hast du dir? Wollen wir mal machen? Ach. Hast du ihn bekommen, den? Nein. Oh. Oh. Shit. Oh. Für Rabattons, dann mache ich den Weg zuerst. Oh. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Weck. Dein Blue Buff übrigens auch. Weck. 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 Fall ausnahmsweise mal danke. War der Bait nicht schön? Ich hätte sich einfach liegen lassen sollen. Ne, das war haarscharf. Aber man merkt diese 30% mehr Damage. Kann ich den haben? Klar, beim nächsten Mal. Jetzt muss ich schon wieder den Gegnerischen nennen. Ja, aber ich kann sagen, du hattest schon 15 Gegnerischen uns oder stets in einer Viertelstunde da. Kann ich die jetzt haben. Such dir einfach den Gegner mit dem Blue raus und tötet ihn. Ja, ich bin nur auf dem Weg. Da ist er. Ab. Lasst uns aufsteigen. Ja. Ah. 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 Was ist denn mein Zivav soweit? Oh, ich brauche nur ein Pasta. Ich habe diese Vergessenheit schon einmal gespürt. Oh, ich brauche die Wölfe. Oh, ich brauche die Wölfe. Alter, ich bin halt so Supporter-mäßig unterwegs, das ist echt nicht normal. Oh, ich brauche die Wölfe. Na, ich geh mal runter, helf den beiden da. Pass auf, in der Seite ist es wichtig, dass wir aufs Nevitur unterwegs sind. Oh, ich brauche die Wölfe. 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 Hm. Wenn wir das jetzt verkaufen. So, und jetzt hier extra für Timo. Jetzt holt sogar unser Gavin meinen Blue, ey. Jeder Idiot holt meinen perfekten Blue. Unterwegs noch beide Mushrooms mitgenommen. Das ist ja schlimmer als Super Mario, man. Wir können Sneaky Baron machen, im Grunde. Wir können auch noch die Wölfe. Wir müssen noch mal nehmen. Wir müssen den aufpassen. Hey, schau. Ich hab die Welt in meiner Hand. Willst du machen zu viel Down? Nein. Ich mache extrem viel Damage, ne? Ja, aber ich halte nur nichts aus. Hey, schau. Ich hab die Welt in meiner Hand. Ich habe diese Verderbnis, hier. Nice Was ist das? Was war es jetzt? Was ist das? Ach komm! Ein E noch! Warte, du hast Top auseinander genommen? Was ist das? Nee Warte, das war äh Meister Ida Wer ist der Nummer? Ich brauche einen Cut mal tausend ne? Jetzt kommt's, äh, die haben alle keine Ultime Ja, die hat's wirklich eben noch benutzt gehabt erst Ja 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 Das war's für heute. Ja, Mumu und die raus. Fletchhaus. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.